Mit 60 haben wir das noch nicht gemacht. Oder 70. 75. Weg daaaaa. Aua. Ich zieh mal kurz den Helm an. Ah, da. Perfekt. Und vorwärts runter. Es ist alles nicht so ganz geheuer hier, was da passiert. ja doch okay okay wir sind da ja perfekt ich hab auch nichts gemerkt steht das gitter ist eigentlich da damit wenn man einen weinander kotzt dass man nicht mit dem eimer ran muss rechts rechts erst mal kupplungspedal hier fährt irgendwas oder ja das ist der packwagen kannst du zwölf uhr einfach auf den hügel das ist eine fob voraus direkt voraus das tippie hier kannst du links hier hoch hier ich versuche den packwagen zu killen okay lassen wir noch ein lass dich zurückfallen und bleib so bleib so nicht bewegen kurz so das ist das alles gut muss kurz den art der weg machen da läuft von links einer davon wir wollen den gar nicht reparieren da kommt wieder raus das ist ja ein richtiges clowns auto das ding ich will nochmal schwung ja ja da an dem gehöpft ist ganz viel da ist auch ein tank auf dem py17 ok schön perfekt hast du ihn gesehen das ist ein panzer ja kommt warte zwischen den bäumen ich hab ihm den schuss gesehen naja ich seh ihn ich seh ihn der kommt ja auch nicht durch durch die bäume wahrscheinlich ist einer ausgestiegen am fob laufen zwei weg ich kann den panzer nicht durchdringen ok rechts daneben laufen die durch den wald durch wieder einer ausgestiegen am fob zelt wieder einer wieder einer ich mach schon ich arbeite dran ich kann auf die fob nicht so ganz wirken da fahr ich ein stück vor ja jetzt kommen sie da wieder raus alter was ist da los land schneller junge land schneller was ist da los das hört gar nicht auf das wurde Hilfe aussteigen mit der pistole schießen ich würde helfen ich warte dass der rauf sich lichtet weil jetzt kann der panzer sich beschießen das ist ganz praktisch naja der wird uns auch sehen ja aber der rafft doch nichts die ersten eigenen kommen hier vorgerückt pass auf ja kannst du einmal die fob markieren schießen ich muss schießen ich kann grad gar nichts ich will nicht so viele mg weil dann sieht der uns ok der panzer fängt an ah ne der schießt hier bei uns der schießt ja irgendwas rechts vom zählt handgranaten da hinten laufen sie wo will er denn hin oh mein gott da ist noch einer der modus ist ja so schlimm das ist der kopf guck dir das an wie viel braun da liegt ich steige immer noch da aus ok panzerabwehr panzerwirkst du irgendwo ja ich warte mal der panzer hat sich nicht bewegt der kann sich oh nevermind zurücksetzen das ist der panzer ja ja das ist der der hat durch die bäume gesprossen der hat es gerafft setz dich einfach auf die straße und wir machen weiter an der fob ich schieß nur noch auf die fob mach hier halt ach da ist ein franzose auf uns natürlich wegfahren ich krieg einen in den kopf sonst ja der muss einfach nur runter bangen rückwärts zurück der wird schon runter fallen ich steig aus ich steig aus bleib stehen ja warte ich fahr jetzt kann ich ok er hat mich genoscoped alter 80 voraus mach halt ist das ne pack da ne da kommt ne bombe drauf die bombe die bombe ja ja ap von links fahr los ich fahr weg ich dreh den turm auf 9 und haut eben einer rein gleich ja ich fahr gradaus weiter ja mach genau nicht zu nah an die stuka boah boah junge ich hab fast den commander weg gemacht ok dann wenn du irgendwo durch brichst die infanterie auch killen weil du bist einfach zu lang stopp infanterie links kannst du zurück auf die straße und links einlenken und dann ein gutes stück runter fahren er hat da gekreuzt die sind da irgendwie was am machen das ist auf der linken straßenseite ja markieren uns gerade da hinten warte mach mal halt ich puste ihn weg da ist ein jeep muss umladen komm lauf zum jeep kollege schaffst er fährt weg nein er hat's geschafft hinterher der kann nicht über den fluss wo ist er äh keine ahnung da ist er links da hält eine radio ich warte bis er einsteigt ich warte bis er einsteigt zack weg sie zerstört fast überschlagen gerade ja alles gut alles gut wir haben es im griff turm ist auf 9 ne wo kommt das gehöfte hier links hier links schramm links ja hält ok stopp zerstört weg wir haben im nord und viel infanterie wird gemeldet das heißt wir können mal unser glück probieren du hast einen typen überfahren hinter uns oder das war der MP40 schütze ok perfekt wir haben mal rechts hier ran an das haus dann Richtung straße irgendwie ok oh ja so der fährt sich wie eine 1 er redescendet ein peu sur le pont ja 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 von rechts wird gestorben das ist deutsche Infanterie das ist definitiv nicht deutsch ok der ist tot ok sie kommen von links fahr mal vor ja warte das ist deutsch hält das war der chef von denen ja keine ahnung hier ist nix voraus ähm ja ich werde zu sagen ja genau irgendwie aber es ist sehr schwer übersichtlich ja 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 die kommen von links der lebt noch der lebt noch ok der lebt nicht mehr der zappelt noch ist das kundes kann das weg Komm von links da. Willst du links mal rausfahren? Auf die Straße, hinter die Hecke? Ja, ich probier's. Also da, hinter quasi. Warte mal, Marke, da, in die Richtung. Links auf die Straße eher, links auf die Straße. Mach den Turm nach rechts dann. Genau, fahr einfach hinter die Hecke. Fahr weiter, fahr weiter, ich sag stopp. Abpositionieren. Genau, weiter vor, paar Meter noch. Stopp. Oh ja, it's raining, man, halleluja. Okay, kannst hier rechts abbiegen und weiterfahren. Wir machen hier mal den Weg frei. Finden die Rallys. Links, okay. Hey, Motor ist raus, Schönsmission ist weg. Schönsmission ist weg. Ja, warte, ich guck, ob hier noch mehr sitzen. Okay, willst du es riskieren? Ich bleib mit dem Geschütz. Ja. Links, links. 9 o'clock, facing him. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, easy. Kleiner Party-Trick nochmal. Zum Warmen. Oh man. There we go. 360, no scope. Ja, easy.